Hallo meine Freunde, wir haben heute mal wieder eine Reise gewonnen. Es geht jetzt allerdings nicht um die du hast eine Reise gewonnen, abonniere mal eine Zeitschrift oder gib mir deine Kontonummer, damit wir dir das Taschengeld überweisen können. Bei dieser Masche, die ich euch mit diesem Anruf jetzt vorstellen und eindringlich davon warnen möchte, geht es darum, dass Menschen tatsächlich eine wirklich real existierende Reise geschenkt bekommen. Diese Reise, von der natürlich nur Gutes erzählt wird, hat aber viele, viele Tücken und Fallen eingebaut, von denen ich euch jetzt erzähle, weil sie im Gespräch natürlich nicht vorkommen. Ich habe mich schon während und auch nach dem Gespräch sehr intensiv damit befasst, habe mich informiert, was ist da los. Und hier geht es tatsächlich darum, dass Menschen aus ganz Deutschland eingesammelt werden und in diesem Fall eben nach Pollen gebracht werden. Es gibt auch Fahrten nach Schweden, nach Dänemark und so weiter und so fort. Wir wollen uns jetzt auf diese Fahrt nach Pollen konzentrieren. Da finden sich unter den Firmennamen im Internet etliche Menschen, die sich bei Verbraucherschuhen, auf Reiseportalen etc. über folgende Dinge beschweren. Erstens, am Abholtag sind die Menschen teilweise mehrere Stunden warten gelassen worden, bis der Reisebus kam, um sie abzuholen. Da hier, es handelt sich ja um eine Verkaufsgeschichte, hauptsächlich alte Menschen überredet und eingesammelt werden, dann ist das für die natürlich schon mal eine Zumutung, irgendwo zwei, drei Stunden am Busbahnhof zu warten, bis sie dann geholt werden. So von lange Sitzen oder lange in Sonne oder lange bei Kälte sein, bis man dann in den Bus kommt, ist schon mal scheißen Dreck. Dann haben sehr viele Menschen davon berichtet, dass die Reise, die uns hier als völlig kostenfrei angepriesen wird, nur dann eingetreten werden kann, wenn man beim Busfahrer eine sogenannte Kaution in Höhe von 100 Euro hinterlegt. Die Menschen berichten, dass sie dieses Geld natürlich nicht wiederbekommen haben. Endlich angekommen, nachdem der Bus dann über zig Käfer gefahren ist und an jeder Milchkanne angehalten hat, beginnt das Ganze, wie typisch bei einer Busfahrt, bei der alte Menschen eingesammelt werden, in Kaffeefahrt-Manier mit einer Verkaufsveranstaltung. Jetzt geht es aber nicht um Heizdecken, um Schmusekissen oder um dringend benötigte Medikamente, um den bevorstehenden Erdstod abzuwenden. Es wird den Menschen zu sehr, sehr, sehr schlechten Bedingungen der Wechsel in lokale Währungen angeboten, wo Menschen erzählten, dass sie im Vergleich bei einer örtlichen Wechselstube 20 bis 30 Prozent günstiger weggekommen wären. Weiter geht es damit, dass den Menschen sehr, sehr teure Tagesreisen verkauft werden. So kostete eine Stadtrundfahrt bei unserer Polenreise 65 Euro, während man, wenn man das bei einem örtlichen Anbieter vor Ort selber gebucht hätte, man für umgerechnet ungefähr 16 Euro weggekommen wäre. Und so zieht sich diese Liste immer, immer weiter. Man verlangt für die Organisation von Fahrten, da angeblich die Taxis streiken, die U-Bahnen nicht fahren und Terrorgefahr herrscht. Viel Geld von den Menschen dafür, dass man sie von A nach B befördert. Und im Hotel ist das Essen entsprechend natürlich auch extrem teuer, wie wir das von anderen Hotelmaschen kennen. Also, so nett sich das Ganze auch anhört, ich habe hier jetzt keine unschuldige arme Verkäuferin hochgenommen, sondern diese Menschen vermitteln arme Menschen in eine Hardcore-Kosten und im schlimmsten Fall Gesundheitsfalle, weil das Ganze natürlich mit viel Ärger und Stress verbunden ist, weil es eben nicht der versprochene Erholungsurlaub ist, sondern eben eine ganz, ganz miese Masche, um Menschen in die Abhängigkeit zu bringen, aus der sie nicht einfach mal sagen können, ich gehe nach Hause, sondern eben viel, viel Geld während dem sogenannten Urlaub dalassen. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit diesem Anruf und bitte fallt nicht auf solche Geschichten rein und warnt bitte insbesondere ältere Freunde, Familienmitglieder, Arbeitskollegen, von denen ihr wisst, dass die da vielleicht anfällig sein könnten für sowas, denn das ist richtig mies. Viel Spaß. Ich hätte gerne mit Herr Eberhard Gärtner gesprochen. Ja, der Herr Gärtner ist am Telefon. Guten Morgen. Guten Morgen. Schön, dass ich Sie am Telefon habe, Herr Gärtner. Ja, ist das schön. Ja, ich habe immer gute Laune. Irgendwas Fröhliches muss man sich im Leben ja behalten, oder nicht? Ja, das ist richtig. Wenn das Wetter schon immer so schlecht ist und überall nur Krieg ist, dann muss man doch irgendwie ein bisschen bei Laune bleiben. Ja, das ist richtig, Herr Gärtner. Geht es Ihnen denn auch gut? Ja, ich habe ein bisschen Halsweh, aber ansonsten ist alles in Ordnung. Danke für die Nachfrage. Soll ich Ihnen Pfefferminzbonbon reichen? Das wäre nicht schlecht, ja. Ja, jetzt müsste ich natürlich wissen, wo Sie sind und dann könnte ich evaluieren, ob das innerhalb meiner Rollstuhlmöglichkeiten liegt. Ich sitze in Magdeburg, also sehr unwahrscheinlich, Herr Gärtner. Sehr unwahrscheinlich. Ja, das ist, glaube ich, nicht so gut in Erdkunde, aber das ist, glaube ich, ein bisschen weiter weg. Ja, Sie sind in Husum, habe ich gesehen, ne? Ja, am schönen Nordseestrand. Ja, ich bin in Sachsen-Anhalt. Mehr oder weniger schön. Ich bin in Sachsen-Anhalt. Oh ja. Auf jeden Fall ein Stückchen entfernt voneinander. Ist das da auch so trauriges Wetter bei Ihnen? Ja, ja. Es ist ja schrecklich. Dann müssen wir uns an die Regierung wenden, dass die das mal endlich ändern, weil wir haben ja so im Prinzip ja so einen Rechtsanspruch auf Sonnenschein aus dem Grundgesetz, wenn ich mich nicht täusse. Theoretisch ja, ne? Ja. Dann müssen wir uns mal was überlegen. Ja. Weswegen hatten Sie noch mal angerufen? Ich habe das schon wieder vergessen. Erkläre ich Ihnen jetzt, Herr Gärtner? Ja. Ich habe Ihnen noch gar nicht gesagt, warum ich angerufen habe. Ach so. Ja, da kann ich mich da ja auch nicht dran erinnern, weil ich vergesse öfter mal Sachen. Das liegt wahrscheinlich an Alter. Okay. Herr Gärtner, passen Sie auf. Und zwar rufe ich an, weil Sie sich vor zwei Tagen morgens im Internet für einen Magi-Produkt-Test angemeldet hatten. Erinnern Sie sich da noch dran? Sehen Sie, da müsste ich jetzt schon im Browser-Verlauf nachgucken. Dazu müsste ich aber mich ans Passwort von Computer erinnern. Das ist immer sehr schwierig bei mir. Hm, hm. Ja, und was geht's da jetzt? Genau. Und zwar, ähm, sind Sie einer der Glücklichen, der eine Reise gewonnen hat für zwei Personen nach Schlesien. Ja, nach Schlesien. Da kommen ja meine Vorfahren her. Die sind ja da vertrieben worden. Ah, okay. Sollen wir das jetzt zurückfordern, im Prinzip? Wäre eine Möglichkeit. Können Sie machen. Sie können tun und lassen in Ihren vier Tagen in Schlesien, was Sie wollen. Ja, vier Tage. Ja, damals haben wir ja 18 Tage gebraucht. Und heute mit der Technik schaffen wir das ja auch in vier. Das ist ja... Ja, müssen Sie sich ein bisschen beeilen. Das ist ja kein Problem. Da rufe ich meine alten Freunde an von damals und dann regeln wir die Sache nochmal. Das ist ja... Nach... Wohin denn da? Das ist eine sehr gute Frage. Da muss ich kurz nachschauen. Ohne Momento, bitte. Oh, sprechen Sie Italienisch? Schön wär's. Oh, schade. Sonst hätten wir jetzt auf Italienisch weitermachen können. Sprechen Sie Italienisch? Ja, ich bin ja da stationiert gewesen. Nee, das ist ja cool. Ja, in der Tat. Ist zwar schon ein bisschen her und mein Sargon reicht für außerhalb von Bordell wahrscheinlich sowieso nicht mehr. Aber ich würde zurechtkommen. Das ist nicht schlecht. So, kleinen Moment. Ich muss jetzt mal schnell schauen. Ja, was denn? Oh nein. Ist mein Stift runtergefallen. Reisegutschein. Schlesien reisen. Ja, das sagten Sie bereits. Ja, ja, ich muss nur kurz gucken, wohin geht für Sie. Ja, ich glaube, Sie sagte nach Schlesien. Ja, genau. Sie wollten ja aber wissen, wo genau. Ja, richtig. Und wohin denn? Das muss ich gerade in Erfahrung bringen. Ach so, Entschuldigung. Sie reisen nach Katowice. Nach Katowice? Ja. Wie ist denn der deutsche Name davon? Das hat jetzt ja alles polnische Namen. Tja, das ist eine sehr gute Frage. Haben Sie da auch eine sehr gute Antwort? Da muss ich noch mal schauen. Ja, ist ja eigentlich auch egal. Ich werde das ja sehen. Wie komme ich da denn hin? Sollen wir da Zug nehmen wie damals? Oder was ist da angedacht? Nein, Sie fahren mit dem Bus. Sie werden abgeholt vom nix größeren zentralen Omnibusbahnhof. Das ist ja bei mir um die Ecke im Prinzip. Na, sehen Sie, haben Sie es gar nicht weit. Ja, man muss ja auch mal Glück haben im Leben, nicht wahr? Genau. Ist das denn sicher mit dem Bus? Was meinen Sie vom, dass kein Unfall passiert oder was? Ja, man weiß das ja nicht. Naja, unser Fahrer gibt sich schon die größte Mühe, dass Ihnen nix passiert, ja. Aber es kann natürlich alles passieren, ja. Ja, weil mein Enkelsohn, der ist neulich mit seinem Bobbycar verunglückt. Der will ja nicht, dass mir das Gleiche passiert. Ja, naja, Bobbycar und Bus sind ja zwei unterschiedliche Sachen. Ja, deswegen frage ich ja, weil man kann ja nicht vom einen auf das andere schließen. Deswegen. Mein Sohn hatte auch vor ein paar Tagen einen Unfall mit dem Bobbycar. Oh nein, ist ja hoffentlich nichts Schlimmeres passiert. Nein. Da bin ich ja beruhigt. Also bei uns zum Glück auch nicht, aber der sah halt schon mal schöner aus. Ja, das kann ich mir vorstellen, ja. Mhm. So. Wie lange fährt man denn da? Damals mit dem Zug, da mit den Waggons, das ging ja schneller. Tja, Herr Gärtner, das kann ich Ihnen gar nicht so genau sagen. Ach so. Diese ganzen genauen Informationen habe ich hier gar nicht. Denn ich bin nur diejenige, welche die gute Nachricht überbringt. Das ist schön. Meine Glücksfee, so zu sagen. Genau, genau. Ja, haben Sie ein bisschen Sternenstaub mitgebracht? Natürlich habe ich den mitgebracht. Das ist sehr gut. Weil ich ja die Glücksfee bin. Können Sie den dann bitte über die Beine steuen? Vielleicht funktionieren die dann wieder. Mach ich. Danke schön. Gerne. Ich würde Ihnen die Unterlagen gerne zukommen lassen, die Reiseunterlagen, Herr Gärtner. Ich würde die an die Schulstraße 42 in 25813 Husum schicken. Und was sollen wir dann da machen, wenn wir da in Schlesien sind? Dürfen Sie sich die Stadt ein bisschen angucken. Urlaub, einfach mal vier Tage entspannen, mal raus aus dem Alltagstrott. Ach so, also werden da quasi die Leute eingesammelt, dann da hingefahren und abends fährt man dann wieder zurück, oder wie? Nein, Sie sind vier Tage dort. Drei Nächte schlafen Sie im Doppelzimmer. Frühstück ist auch schon inklusive. Die Leute werden eingesammelt, da hingefahren, dann dürfen Sie Ihr Zimmer beziehen. Ja. Und dann dürfen Sie sich für drei Tage, beziehungsweise dreieinhalb Tage die Stadt angucken und sich einfach ein bisschen entspannen und danach geht es dann wieder nach Hause. Nach drei Tagen. Das, mit Doppelzimmer? Ja. Darf man sich das aussuchen, mit wem man da, weil die Kameraden damals, das ist schrecklich gewesen. Da hatten wir so einen, der immer gesoffen hat. Sie dürfen sich selber eine Begleitperson mitnehmen und mit der schlafen Sie dann im Doppelzimmer. Ach so, ich darf da noch jemanden mitnehmen. Ja. Aber das dann werde ich meinen Enkelsohn einpacken. Da kann der mir ein bisschen unterstützen, weil das ist ja alles nicht mehr so einfach heutzutage. Hm, also Sie hatten ja gesagt, dass der mit dem Bobbycar verunglückt ist. Meinen Sie nicht, dass der da noch ein bisschen zu jung ist? Nein, das ist ja der Jüngere von den Vieren, die ich habe. Ach so. Der Älteste ist irgendwie so 18 oder 19, ich vergesse das immer. Ja, ach so, na, das passt dann. Und da kann der auch mal ein bisschen was von der Kultur lernen. Ja, das ist richtig. Und ich glaube, der ist da auch ein bisschen Gewand da drin, weil da drüben, da kosten die Sachen ja weniger. Das alles in Koffer zu verstauen, dass die von Zoll das nicht finden. Genau. Achten Sie nur ein bisschen... Ja, bitte. Achten Sie nur ein bisschen darauf, dass Sie da nicht den Bogen überspannen. Nein, niemals. Also so plündern wie damals wollten wir ja nicht mehr. Das können wir ja heute gar nicht mehr vertreten. Okay, okay. Wo ist jetzt der Haken an der Sache? Das kommt mir irgendwie zu gut vor. Es gibt keinen Haken, Herr Gärtner. Gar keinen? Nein, gar keinen. Das wirkt sehr seltsam. Sie kriegen ja die Reiseunterlagen zugesendet und zwar unverbindlich. Ja. Heißt, Sie dürfen reisen, müssen aber nicht. Können Sie sich das ja dann alles durchlesen? Und wenn Sie dann damit einverstanden sind und mitfahren wollen, melden Sie sich bei unserem Reiseveranstalter in den darauffolgenden vier Wochen Nacherhalt der Unterlagen? Ja, jetzt sagen Sie mir doch, das ist doch bestimmt... Es gibt ja nichts umsonst auf der Welt. Das ist doch bestimmt an irgendwelche Bedingungen verknüpft. Nein. Muss man nicht in Hotel essen. Nein, müssen Sie nicht, dürfen Sie aber. Muss man nicht an einer Verkaufsveranstaltung teilnehmen. Nein, müssen Sie nicht. Und ich glaube, es gibt auch gar keine Verkaufsveranstaltung. Wenn Sie aber zum Beispiel jetzt so sagen, Sie möchten gerne eine Stadtrundfahrt machen, Herr Gärtner, dann müssen Sie die selber bezahlen. Ja, das ist ja klar. Ich versuche nur gerade hier, ich fühle mich gerade wie so auf einem Minenfeld, weil das verschenkt ja keiner irgendwie einfach was. Unser Reiseveranstalter in Ihrem Fall schon. Ja, warum machen die das denn? Einfach eine Werbereise, damit Sie nachher begeistert sind und allen Leuten erzählen, dass es sehr schön war und dass Sie den Reiseveranstalter empfehlen können. Und was macht Ihre Firma, wenn Sie sagen, Ihre Veranstalter? Sind Sie das selber? Wir sind der Kooperationspartner vom Reiseveranstalter. Jetzt kommen wir der Sache ja näher. Und was machen Sie, also Ihre Firma, selber? Wir benachrichtigen Leute in jeglichen Art und Weise und gewinnen Benachrichtigungen, ja, in Ihrem Fall jetzt, dass sie eine Reise gewonnen haben. Das ist ja sehr interessant. Haben Sie zufällig irgendwas mit Autos zu tun? Nein, wieso? Weil Sie sagten doch Elite Premium irgendwas, oder? Ja, Elite Premium Service AG. Ich meine, ich hätte da mal einen Anruf bekommen, da wollten die irgendwas mit einer Autokarte. Oder verwechsel ich das gerade? Das kommt mir so bekannt vor. Ne, das verwechseln Sie, Herr Gärtner. Da haben Sie, Autokarten haben wir auf jeden Fall überhaupt nicht. Wir benachrichtigen Leute in Gewinnfällen. Nein, das ist ja, das ist ja, mit irgendwas habe ich das doch im Kopf da. Was war das denn nochmal? Aus Magdeburg sind Sie, richtig? Hm. Na, jetzt, ich habe das hier einfach mal gegoogelt, aber ich kann mich trotzdem noch nicht entsinnen. Hm. Was war das denn nochmal? Keine Ahnung. Also, was sollen wir jetzt machen? Gar nichts weiter. Ich sende Ihnen die Unterlagen zu und dann dürfen Sie sich die in Ruhe durchlesen und je nachdem, ob Sie mitkommen wollen oder nicht, melden Sie sich dann beim Reiseveranstalter direkt oder eben halt nicht. Wie meinen Sie? Bitte? Wie meinen Sie das? Wie meine ich was? Na ja, wo soll ich mich denn da melden? Wenn Sie die Unterlagen haben, erhalten Sie ja auch die Telefonnummer vom Reiseveranstalter, wo Sie sich melden müssen, um Bescheid zu sagen, dass Sie mitkommen. Ja. Da erfahren Sie auch die genauen Reisetermine. Es gibt mehrere vorgegebene Termine, die Sie da haben, wo Sie sich einen aussuchen dürfen. Ja. Und dann melden Sie sich beim Reiseveranstalter. Ich verstehe. Und soll ich dann nochmal bei Ihnen anrufen? Nein, beim Reiseveranstalter. Und in welcher Verbindung stehen Sie jetzt mit dem? Das habe ich immer noch nicht verstanden. Tut ja auch gar nichts zur Sache, Herr Gärtner. Wir benachrichtigen nur die Leute, die gewonnen haben. Ach so. Ja, aber es tut ja auch nichts zur Sache. Ich spiele hier eigentlich keine große Rolle, außer dass ich Ihnen das sage. Naja, Sie vermitteln das ja im Prinzip. Genau. Mehr nicht. Ich gebe Ihnen Bescheid. Im Prinzip sage ich Ihnen nur, was Sie gewonnen haben, gleiche Ihre Anschrift nochmal ab und schicke Ihnen das zu. Alles weitere klärt der Veranstalter selbstständig mit Ihnen. Ach so. Und ruft der mich jetzt auch nochmal an? Nein, Sie müssen sich beim Veranstalter melden. Wer ist das denn? Wie heißt der? Avencia. Ist das auch ein Italiener? Das kann ich Ihnen nicht sagen. Da sind wir schon wieder beim Thema Italien angekommen. Ich habe keine Ahnung. Herr Gärtner, habe ich alle weiteren Fragen für Sie jetzt beantwortet? Lassen Sie sich mal kurz überlegen. Ich habe mir das hier aufgeschrieben. Was ist denn jetzt mit dem Maggi-Paket? Das habe ich ja bekommen. Da steht, wie gesagt, die Verlosung noch zu aus. Also ich wollte quasi Produkttester bei der Firma Maggi werden und habe stattdessen jetzt eine Reise gewonnen. Genau. Können allerdings trotzdem Produkttester werden. Aber da steht die Verlosung, wie gesagt, noch zu aus. Und es dauert auch noch, bis die Verlosung denn stattfindet. Wieso denn Verlosung? Da stand, man soll sich eintragen und dann kriegt man so ein Testpaket. Das können ja nicht eine Million Menschen, die sich da eintragen, auch genommen werden, um Produkttester zu werden. Das wird dann ausgelost. Aber ich, vielleicht können Sie, weil ich bin ja da im Prinzip, ich habe ja viel Zeit. Ich bin ja da der prädestinierte Kandidat. Vielleicht können Sie da ja ein gutes Wort für mich einlegen. Kann ich leider nicht, denn ich habe weder mit der Konsumentenumfrage.de oder mit Maggi selbst was zu tun. Ach so. Ja, das kann natürlich gut sein. Das ist schade. Heißt, ich kann da kein Wort für Sie einlegen. Tut mir leid. Schade. Kann das der Reiseveranstalter denn machen? Nein. Das ist auch sehr schade. Da bin ich wohl weiter auf den Glücksboten angewiesen. Aber das sind Sie ja eigentlich. Genau. Ich habe Ihnen ja jetzt schon ein bisschen Glück gebracht. Das ist großartig. Und wie wollen wir jetzt verbleiben? Wann wollten Sie da nochmal anrufen? Ich rufe gar nicht nochmal an. Wieso? Ach so. Ich hatte das so verstanden, dass Sie dann, dass Sie zusammen mit dem Reiseveranstalter dann nochmal bei mir anrufen. Nein, Sie müssen sich beim Reiseveranstalter melden, wenn Sie gerne mitfahren möchten. Ach so. Ja, ich habe das ja gewonnen. Dann muss ich das ja fahren oder nicht? Nö. Müssen Sie gar nicht fahren, Herr Gärtner. Ja, weil dann muss ich da ja Bescheid geben, dass der Platz dann für andere genutzt werden kann, falls ich jetzt krank sein sollte oder so. Ganz genau, Herr Gärtner. Sie rufen an und sagen, ja, ich komme mit oder nein, ich komme nicht mit. Aber bis wann muss... Wann ist die Reise denn überhaupt? Wie gesagt, Herr Gärtner, weitere Informationen erhalten Sie direkt vom Veranstalter. Das ist gut. Sie können mir das jetzt nicht sagen, richtig? Nein. Ach so. Da habe ich keine Daten hier. Es gibt mehrere Reisetermine, wo Sie sich einen aussuchen dürfen. Ja, welche wären das denn? Das weiß ich doch nicht, Herr Gärtner. Ach so. Habe ich Ihnen doch gerade schon gesagt. Ich weiß es nicht. Ja, ich kann mir schlecht Sachen merken. Dann, Herr Gärtner, muss ich Ihnen leider sagen, warten Sie einfach auf die Unterlagen, melden Sie sich beim Veranstalter und dann, äh, ja, geht das alles seinen Gang. Ja, und wenn das dann alles zu meiner, sag ich mal, wenn ich das dann einverstanden bin, dann soll ich nochmal bei Ihnen anrufen? Nein, beim Reiseveranstalter. Ja, ich meine ja hinterher. Nein, gar nicht mehr. Wir telefonieren nicht mehr miteinander, Herr Gärtner. Also, Sie müssen nicht die Abwicklung kontrollieren, ob das alles gut gelaufen ist. Das macht der Veranstalter selber. Der Italiener da. Ja. Der Italiener. Gut, dann, ich halte mich, ich merke mir einfach, halten Sie sich an den Italiener. Gut, das hat zwar damals auch nicht geklappt, weil das waren ja die Ersten, die kapituliert haben, aber vielleicht klappt das ja diesmal. Das ist ja jetzt eine andere Generation, nicht wahr? Könnte sein, ja. Aber in Afrika haben die damals ziemlich verschissen, um das mal auf Deutsch zu sagen. Hm. Nicht wahr? Ja. Ja, ich muss ja, Sie sind ja so eine nette Persönlichkeit. Wollen Sie nicht mit mir nach Schlesien kommen? Tja, äh, würde ich nicht arbeiten müssen, würde ich das gerne tun, aber ich habe meinen Urlaub schon verplant. Das ist ja, also ich bin ja im Prinzip, ich bin ja, ich bin ja studiert. Ich praktiziere quasi nicht mehr, aber ich könnte Sie ja krank schreiben lassen. Was, was, was haben Sie denn, äh, gearbeitet? Ja, ich bin ja im Prinzip Hals-Nasen-Ohren-Arzt. Und dann kann ich bei Ihnen ja so ein Lungenkarzinom feststellen. Da sind so sechs, sechs bis acht Wochen sind da drin. Nur, also ich hatte eine Morbus-Hodgkin-Lymphom und ich war zwei Jahre außer Gefecht. Ja, dann können wir da dran doch anknüpfen. Da kommen Sie mal rum bei mir. Ich habe, das Equipment ist zwar schon ein bisschen älter, was ich hier habe, aber ich kriege da schon noch eine Diagnose zusammengeschustert für Sie. Und dann, da können wir da die Rückeroberung Schlesiens einleiten. Haben Sie denn, sag ich mal, im Prinzip gedient, dass Sie, sag ich mal, mit so einem Sturmgewehr umgehen können? Nein. Dann müssen wir das vorher noch irgendwie regeln. Das müssen wir üben. Ja, das haben Sie, sag ich mal, schon mal ein Luftgewehr geschossen? Ja. Das ist, können Sie den Ladevorgang noch? Ich denke, das werde ich hinkriegen, ja. Weil das ist ja dann im Prinzip eher mit der Artillerie vergleichbar. Dann würde ich Sie da einteilen, weil es bringt ja nichts, wenn Sie versuchen, sag ich mal, das Sturmgewehr umzuknicken. Das wäre dann ja eher die Ladevorrichtung bei der Panzerabwehrkanone zum Beispiel. Das wäre dann ja eher von Relevanz, weil man soll die Leute ja immer, sag ich mal, fachwissengemäß einteilen. Hm, genau. Ja, sollen wir das dann so machen? Dann würde ich Ihnen, sag ich mal, den Adjutanten vorbeischicken und er soll das dann mit Ihnen besprechen. Zum Beispiel wäre das eine Möglichkeit, ja. Wie lange haben Sie denn Zeit heute? Weil dann würde ich den rausschicken. Bis 14 Uhr. Ich glaube, das ist ein bisschen wenig bis Magdeburg runter. Dann muss er sich beeilen. Ja, können wir Ihnen denn, wir haben ja auch noch die Feldpost, sollen wir Ihnen so ein Täubchen schicken? Das wäre ja auch eine Option. Ja, haben Sie Erfahrung im Umgang mit Brieftauben? Ach nö, ich denke, so schwer wird das nicht sein. Na, Sie müssen die im Prinzip ja nur unterm Bäuchlein kraulen und dann, dann hackt die auch nicht. Alles klar. Ja. Gut, Herr Gärtner. Ich sieg die dann raus, nicht wahr? Machen Sie das. Gut. Dann melden wir uns zum Dienst, ja? Genau. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Ja, und dann sehen wir uns zum Fahnenappell. Ganz genau. Wunderbar. Dann wünsche ich Ihnen bis dahin alles Gute und bitte nicht mit ausländischen Geheimdiensten drüber sprechen, ja? Nein, nein, mache ich nicht. Das ist gut. Dann bedanke ich mich für Ihre Kooperation und dass das alles jetzt sehr gut ablaufen kann. Ja, ich bedanke mich auch und wünsche Ihnen noch alles Gute. Ja, vielen Dank. Bis später dann. Bis dann. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Also, weiterhin warnen, Datenfallen erkennen ist wichtig, denn für Menschen, die darauf reinfallen, kommen solche Anrufe zustande. Vielen Dank wieder mal fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen, den tattrigen Maulwurf mal wieder öfter zu hören. Fällt auf keine Datenfallen rein.